Was geht ab Leute, TBT hier. Man kennt uns vielleicht als Yu-Gi-Oh! Spieler. Oder Yu-Gi-Oh! YouTuber, wie man es nennt. Spieler vielleicht nicht so sehr. Bestatt mal ein neues Projekt. Weißt du, worum es geht, Tati? Ja man, das neue Game, was rausgekommen ist, Pokémon. Oder? Schon, oder? Pokémon GO ist ja in aller Sprache jetzt irgendwie. So ist das. Das ist echt krass, man. Dieses Spiel erobert die Welt, sag ich jetzt. Ich habe am Anfang das auch nicht gespielt. Ich war nie ein Pokémon-Spieler. Ich habe damals nur auf Game Boy das eine gespielt. Das erste, was rausgekommen ist, danach gar nichts mehr. Wir auch, unsere ganzen Kumpels und so, die haben ja alles gespielt irgendwie. Ja, und jetzt habe ich irgendwie auch mal angefangen, hier Pokémon GO runtergeladen. Und seitdem bin ich auch in dem Fieber. Okay. Rumlaufen, Kilometer sammeln und Pokémon fangen. Echt cool. Hätte ich nicht gedacht, oder? Ganz ehrlich, das Licht ist auch fackt, oder? Ja. Also man kennt uns in der Yugi-Szene als sehr kontroverse Leute. Aber wir sind einfach so, wie wir sind. Machen viele, wie nennt man das, persönliche Videos. Ja. Spontan. Das ist das Deal, den die Leute lieben. Auch unsere Vlogs sind deswegen sehr beliebt. Ja. Und wir versuchen jetzt diese Persönlichkeiten in die Pokémon-Szene rüber zu transferieren, sag ich mal. Ja. Schauen wir mal, ob das so funktioniert. Wir haben coole Leute am Start. Ihr kennt ihr, seht ihr Tati. Und dann haben wir noch Baris. Ein sehr... Wie soll man ihn beschreiben? Ja, ein sehr interessanter Charakter. Dann haben wir noch Chong. Chong Banks. Erstmal so, mal so. Dann haben wir Milchhon hinter der Kamera. Nico. Ab und zu vielleicht. Wird er zu Pokémon rüber wechseln? Ja, vielleicht. Ich weiß gar nicht, ob er spielt. Spielt er das? Er spielt, ja. Echt jetzt? Spielen schon, aber man weiß nicht wie viel. Okay. Dann haben wir aus den Schatten zurückgekehrt. Er war bei Yu-Gi-Oh! nicht mehr so aktiv. Aber jetzt Pokémon. Vielleicht kriegen wir da echt mal ein bisschen aktiver. In Yu-Gi-Oh! hat er uns enttäuscht, aber in Pokémon kann er das vielleicht wieder gut machen. Dasselbe gilt natürlich auch für unsere Ex-Praktikanten. In Yu-Gi-Oh! sehr sehr enttäuschen, aber mit diesem neuen Projekt hier kann er sich ja. Aus dem Schatten wieder zurückkommen, ja. Aber, ja. Wir sind gespannt. So ist es. Auf geht's. Auf geht's. Ich gehe mal Pokémon fangen. Wir nehmen noch so einen kleinen, random Jungen mit. Wer davon ist, möchte Meister werden. Jeder will beweisen, was er kann. Jeder trägt davon der allererste. Auf dem Weg ganz nach oben zu sein. Jeder versuch. Bringt die schon ein Stückchen weiter. Hast du gut? Erreich deine Chance beim nächsten Mal. Wir haben auf unserem Yu-Gi-Oh!-Channel sowas, das nennt sich Tatti Tutorials. Ich denke, das können wir hier übernehmen. Demnächst in ein paar Segmenten. Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Ich bin eigentlich in Pokémon auch so recht neu. Die anderen sind schon ziemlich weit oben mit den Levels. Ich bin Level 21. Ist das krass? Ist okay. Ja, alles ab 20 ist aufwärts. Ist schon echt gut. Ich hab schon Leute gesehen, die sind Level 35. Was ich eigentlich diesen Ends verrückt meinst. Dann hast du halt wirklich fast jeden Tag ein paar Stunden. Kennst du Piran von CCG? Ja, kenn ich. Er ist jetzt zur Zeit gerade in den Medien als einer der ersten, der alle möglichen jetzt gefangen hat. Echt jetzt? Ja, er war ja im Bild und so, wurde interviewt und so. Echt jetzt? Ja, schickt mal den Link. Hat er echt so krasse viele Pokémon? Also er hat jetzt momentan alle, die möglich sind. Meines Wissens nach. Also du meinst, er hat jetzt einen Pokédex voll mit 150 Pokémon? Nein, nein. Ein paar sind ja noch nicht. Ja, aber er hat alle, die möglich sind. Alter, der Ends krass macht. Die legen wir ihn konstant nicht fangen und Ditto gibt's auch nicht. Das hab ich noch nie gesehen. Ich hab im Interview heute gesehen. Aber ist schon echt krass viel, weil du musst ja auch Ends viele, erstmal, die gibt's ja nur an den Eiern wahrscheinlich. Und dann viele kannst du auch nicht fangen, oder? Deswegen hab ich ja gesagt, Alex richtig schlecht, ja. Pokémon Go, er hat 40 Euro bezahlt. Mit 40 Euro hätte er so viel machen können. Ja, er hat dumm eingesetzt einfach anscheinend. Ja, ist so. Zum Glück haben wir jetzt den Channel, damit die Zuschauer diesen Fehler nicht wiederholen. So ist es. Demi wird alle leiten. Also ich finde, ich finde zum Beispiel, was ein guter Trick ist auf jeden Fall. Am Anfang viel sammeln, die den Sternstaub nicht verschwenden. Ja, um die Pokémon zu stärken, weil später, sobald ihr ein höheres Level habt, fangt sie automatisch stärkere Pokémon. Ja, mit den Arenen, je nachdem. Mit den Arenen würde ich am Anfang auch warten. Oder ich würde es so machen, dass ihr schon bereits eroberte Arenen pusht, damit ihr eure Pokémon reintun könnt. Weil, wenn ihr starke Arenen sieht mit eurer Farbe, dann einfach so dementsprechend pushen, damit ihr eure nicht so starken Pokémon am Anfang dazu tun könnt. Und dementsprechend auch Münzen umsonst kassieren könnt. So habe ich es gemacht am Anfang. Ja, Mann. Dragoran hat, glaube ich auch, hat mein Kumpel erzählt, hat auch den stärksten Angriff. Also von den, außer den legendären halt wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja, Mann. Jemand sieht, kann man echt viel lernen. Wir werden euch noch alles erklären, keine Angst. Ja, Mann. Ich bin auch noch Anfänger. Ich habe mein Zimmer noch nicht verlassen. Ich muss ehrlich sagen, seitdem ich das habe, bin ich jetzt schon 30 Kilometer gegangen. Ja, man kann ja hier gucken, wie viel man gegangen ist. Kann man. Kann man das, cool. Ja, schau. Da gibt es ja so viele Dinge. Hier, Jogger. Ich bin jetzt schon 34 Kilometer gegangen. Ja. Schon echt cool. Und man verlässt echt die Wohnung. Man geht nicht raus. Siehst du die Kilometerzahl? Ja, da unten, oder? Das wusste ich aber nicht. Er wusste es noch nicht mal. Ja, einmal kann man da hochziehen normalerweise. Ach so, ja gut, bei mir ist es nicht. Ja, dann ist es dann scheiße. Oh mein Gott. Okay. So ein richtiger Dist-Track, Mann. Deswegen hat es mich auch gewundert. Ja, hier, schau. Du kannst das alles sehen. Hier, Jogger, Kato, Sammler. Aber warte mal, vielleicht kann man das... Vielleicht ist es bei mir anders unterteilt. Du hast iPhone, oder? Ich habe Samsung, Mann. Aber ich habe halt ein Modell. Oh ja, hier geht es voll ab, Mann. Überall Lockmodule an, Leute. Hier geht es voll ab, Mann. Da sieht man hier, das sind drei Lockmodule an. Das ist am Stachus. Ja. Da hinten sind auch nochmal drei Lockmodule an. Da kann man echt gucken. Ja. Hier sind auch wieder drei Lockmodule an. Direkt da. Oder vier sogar. Aber nicht mehr hintereinander. Aber hier vorne am Stachus gleich, da geht es jetzt voll ab, Mann. Wahrscheinlich. Einst wie die Leute dort. Ja. Und ja. Kann man schön sammeln. Selten mit Pokémon. Unser Motto Pokémon. Serious Business, Alter. Ist so. Digga, das wird viel zu krass, Alter. Das ist unser zweites Motto. Was ich persönlich noch ausbaufähig finde, ist... Teil. Ist auf jeden Fall, dass die die Server... Scheiter machen sollen, weil das Spiel stürzt oft ab, beziehungsweise... Digga, weißt du, wie erfolgreich das ist? Damit haben die nicht gerechnet, oder? Weißt du, wie viele Millionen da immer gelassen, die eingeloggt sind? Also, ich habe jetzt gehört, der Japan-Release ist nochmal später rausgekommen. Du musst für mich aufpassen, wo ich hingehe. Da waren die Server halt schon komplett im Arsch. Ja. Das ist so krass, diese haben wir gar nicht damit gerechnet. Ja. Das Spiel geht jetzt... Entskrank. Entskrank. Also, ich habe gehört, das war am Anfang nur als Joke. Da haben die das erstmal im Umlauf gebracht. Ja. Aber dann war der... Da war der... Da war das Feedback halt so positiv auf die Idee, dass die das dann halt wirklich rausgebracht haben. Ja. Und ich habe noch gelesen... Geht's mal weiter, Mann? Ich habe noch erst... Ich habe gelesen, es sind erst 10% von dem, was noch rauskommen soll an Updates, sind erst draußen bis jetzt. Also, das heißt, es kommen noch 90% Updates. Das heißt zum Beispiel, die wollen jetzt noch Pokémon-Center einbringen. Wen? Okay, dann ist euer Leben ja sofort weg, Mann. Oh mein Gott, Mann. Ja. Dann, äh... Dann, keine Ahnung, dann wollen sie halt wahrscheinlich... Ich weiß nicht, wie... Was die noch alles umsetzen möchten. Aber die wollen halt noch, äh, dass man tauschen kann auf jeden Fall. Ja, das habe ich auch gehört. Ja, Mann. Ähm... Tauschen. Ich glaube sogar, dass man vielleicht... Das wäre cool, meiner Meinung nach, wenn man eventuell... Wenn ich jetzt zum Beispiel gegen ihn direkt kämpfen würde. Die nebeneinander sind halt zum Beispiel. Und dass man dadurch vielleicht auch die Pokémon trainieren könnte, oder? So was, das wäre cool. Das wäre echt geil. Und was zum Beispiel immer noch nicht offensichtlich ist, diese, ähm, WP-Punkte. Das habe ich jetzt auch schon Leute gefragt. Zum Beispiel, ähm, es ist immer noch nicht offensichtlich, ob ein... Wenn alle gleich stark werden, wenn man sie halt, äh, im Endeffekt trainierst. Also, zum Beispiel, wenn du jetzt einen Körper mit, äh, 130 WP fängst, als mit 150 und wo du beide wirklich pusht. Äh, ob die wirklich gleich stark werden, oder ob die nicht gleich stark werden. Auf das Maximale. Das ist halt immer noch nicht klar. Das müssen sie halt so ein bisschen, meiner Meinung nach... Ähm, ja, das müssen sie meiner Meinung nach ein bisschen offensichtlicher werden. Im Pokémon-Spiel natürlich waren die nicht alle gleich stark. Da gab es halt eins mit mehr Verteidigung, eins mit der andere. Aber das ist hier halt nicht so offensichtlich, meiner Meinung nach. Aber, schaut es unseren Channel an. Wir werden alle Fragen beantworten. Wir versuchen es zumindest. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Servus Jungs. Hier euer Dreifache-Familie-Daddy. Ähm, danke, dass ihr das Video angeschaut habt. Ähm, bitte liked das Video, abonniert es uns. Ähm, kommentiert es das Video, ob es euch gefallen hat oder nicht. Denkt es an unsere Facebook-Seite. Liked es die. Schaut es auch bei unseren Sponsoren vorbei. Die haben immer tolle Sachen. Und nicht vergessen Jungs, Yu-Gi-Oh! Is Serious Business.